Musik Da unten sind bestimmt auch noch Echsen Echsen Sind hier keine Echsen? Hier sind keine Echsen, Wahnsinn Dann gehen wir wieder zurück Aber natürlich nicht im Schneckentempo So, und dann können wir noch Fünf machen Udala Und den hier noch Das ist richtig bequemer als Magier Da ist man ein absolutes Multitalent Ich glaube auch, dass die magische Heilung Schneller geht, wie die normale Heilung Glaube ich Also ich glaube, dass man sich schneller mit Magie heilt Als man mit Tränken Nicht mehr, aber ich glaube, der Zauberspruch an sich Geht schneller vonstatten, wie dass man So einen Heiltrank leer süffelt So, was haben wir dann hier? Ich glaube, dass hier der letzte Anführer war Und wenn der hier nicht ist, dann Wird's lästig Dann wird's ne Sucherei Äh Hier ist keiner Hier fehlen noch drei Teleporter-Ruhen Das ist doch, oder? Zwei oder drei? Hier glaube ich Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Mir fehlen noch drei Teleporter-Ruhen Wow Ich möchte eigentlich schon gerne alle finden Vor allem, weil ich sie beim ersten Mal durchspielen Habe ich nicht alle gefunden Äh, und das hat mich dann auch irgendwie ein bisschen genervt Und Deswegen würde ich euch jetzt schon gerne zeigen, wo die alle sind Besonders, falls man Das gerne aus diesem Let's Play erfahren würde Wollen würde, wie auch immer Und der letzte Anführer, wo war der? Fragen über Fragen Und ich kann sie euch gerade nicht beantworten Ich werde wohl wirklich alles ablaufen müssen Puh, hier unten ist auch nichts Ich dachte auch, dass hier nochmal was ist Aber hier ist auch nichts Ach, ich wüsste noch, wo Teleporter-Ruhen sein könnten Also die Teleporter-Ruhen werde ich auf jeden Fall erst suchen Ähm Nachdem ich die Tempel alle angeschaut habe Aber den Anführer würde ich jetzt gerne noch ausfindig machen Deswegen schaue ich nochmal hier hoch Ich bin mir nicht sicher, ob... Ich glaube nicht, dass er da gewesen ist Das sieht falsch aus Ich glaube, dass hier nicht mal normale Echsenkrieger sind Aber wir werden es gleich herausfinden Weil jetzt bin ich schon mal hier Jetzt gehe ich den Weg auch Äh, ja, aber sieht ziemlich leer Trostlos aus Hier ist gar nichts gespawnt Hier ist kein Viecherzeug gespawnt Hier sind keine Echsen gespawnt Hier ist gähnende Leere Aber ich finde hier zumindest keine Pflanzen mehr Das zeugt zumindestens von meiner Gründlichkeit Südliche Ruine Ostküste Westliche Ruine Ostküste Südostküste, glaube ich, möchte ich Südliche Ruine Südostküste Da möchte ich hin Da könnte nämlich noch der letzte Anführer sein Ja Wenn ich auch gleich dahin gekommen wäre Wo ich eigentlich hin wollte Ah, aber gut Dann rennen wir da schnell durch Vielleicht ist da drin ja was gespawnt Ich glaube, es ist eher weniger Aber man kann es ja mal versuchen Okay, hier ist schon mal nichts Nee, ich glaube eigentlich nicht, dass in Höhlen was spawnt Hier ist auch nichts Hier ist auch nichts Da war Patroskon Da ist nichts Hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn hier drin Echsenmenschen spawnen Ich meine, die Echsenmenschen Die waren jetzt lang genug an der Äh, unter Waren lang genug unter Tage Ich glaube nicht, dass die hier nochmal in irgendwelchen Höhlen rumgammeln wollen Ich schätze mal eher Die wollen jetzt für ein bisschen die Obermacht von der Oberwelt bekommen Obermacht von der Oberwelt Interessant Da oben ist auch nichts, oder? Nee, da oben ist nichts Das sind nur Steine, vor denen ich gerade Dachte, dass es Gegner sind Und so Und so Okay, die hier chillen umeinander Okay, mir geht der letzte Anführer ab Mir geht der letzte Anführer ab Das geht mir gehörig gegen den Strich Aber Ich habe natürlich noch eine letzte Vermutung, wo er sein könnte Jetzt gehe ich zuallererst mal, wenn ich schon mal hier bin Zu Eldrick Der wollte ja, dass ich ihm Bescheid gebe, was wir so im Tempel herausfinden Und genau das mache ich jetzt auch Eldrick Du, ey, die Wursthaut Wie schaut's aus? Bist du daheim? Jawohl Da bist du ja wieder Ja Was hast du mir zu berichten? Ähm, der Inquisitor will die Insel vernichten Nun, seine Ziele sind nicht leicht zu verstehen, aber Warum sollte er das tun? Der Inquisitor ist durchgedreht Warum? Was ist passiert? Ähm, Mendoss hat sich im Tempel eingeschlossen und will den Titan befreien Äh, du weißt, was das heißt, Äh, Eldrick Ah, im Tempel ist ein Feuchtigerangfang, Mendossa will ihn befreien, bla bla bla, Insel geht unter Wenn das geschieht, wird die ganze Insel untergehen Sie wird verbrennen Gut Soweit kann ich dir folgen Wie willst du das verhindern? Ich brauche die Rüstung von Osegor Ich brauche Das ist der Titanenlord, der den Titan im Tempel eingesperrt hat Nur mit dieser Rüstung kann ich den Titan besiegen und ihn wieder einsperren Wo ist diese Rüstung? Hier auf der Insel Sie ist in fünf Priestergräbern der Echsen versteckt Ich kann dich auf deiner Suche nicht unterstützen Aber ich habe hier ein paar Schriftrollen, die dir helfen werden Du solltest zu mir zurückkommen, wenn du die Rüstung gefunden hast Ähm, Eile Ja, Eile Danke für Eile und so So, und ich werde jetzt, äh, wo war das mit Patty? Ostküste Ebenentempel Südwestliche Ruine, glaube ich, war es Ich bin mir allerdings nicht sicher Irgendwas mit Ruine Westliche Ruine, ich glaube, das war es Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hier war es Und es sieht gut aus Jawohl, das ist richtig Genau hier wollte ich hin Das ist nur so eine Mini-Ruine Und trotzdem heißt der Teleportstein noch diese Ruine Und deswegen konnte ich mir das eigentlich sehr schlecht merken immer So, dann schauen wir mal, was Patty jetzt mit uns hier zu belabern hat Hey Patty, was machst du hier draußen? Na, mein Held? Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her Weißt du das? Ach was, ist ja interessant Aber keine Antwort auf meine Frage Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Spaß, klar Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen Wusste aber nicht, wo ich dich finden kann Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? Aber Freiling Das könnte zwar gefährlich werden, aber du bist dabei Schön, aber pass auf Ich hab an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern Und das versuchen sie zu verhindern Bisher hast du noch alles hinbekommen Du wirst auch das schaffen Danke für deine Zuversicht, hoffentlich hast du recht Dann geh mal vor, ich werd dir folgen Ähm, und ich weiß jetzt auch, wo der letzte Anführer war Der war nämlich genau auf dem Weg hier So, da haben wir einen Echsenkrieger So Und eins, zwei, drei, vier, fünf Oh, sogar noch ein Level-Up haben wir bekommen Das ist aber großzügig Okay Äh, welches Level hab ich denn jetzt eigentlich mittlerweile schon? 26, ja, 30 ist glaub ich so ziemlich Ich glaub 30 oder 31 war so ziemlich das Maximum Mehr ist aus dem Spiel gar nicht rauszuholen Schon, gell? Sie tragen Rüstungen aus einem Material, das sich Obsidian nennt Ziemlich hartes Zeug Dann sei lieber vorsichtig und pass auf, dass sie uns nicht umzingeln Wir sind noch im Kampf, das weißt du, gell, Süße? Da ist wieder eins Ja Das war's mit dem Vieh Das nächste Mal, äh, bitte ansprechen, wenn wir Out of Combat sind Das wär sehr nett Da ist wieder eins Ah, ich hab's gehört Also jetzt ist das Spiel am absoluten Leichtigkeitspunkt angelangt Was? Patty kann sterben? Ich dachte, die ist unsterblich Auf jeden Fall, ähm Ja, wir haben nen Tank Und wir haben Gegner, die wir alleine schaffen Ohne dass wir Damage bekommen Immer schön auf den Echsenpriester Das ist der einzige Gegner, der uns gefährlich werden kann Das hat nicht mehr genug So Während Patty den hier alleine fertig macht Wie viel Schaden kriegt Patty eigentlich? Oh Doch einiges Aber sie ist jetzt Ach, ich glaub, sie ist deswegen jetzt sterblich, weil wir sie Wie kommt es nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesehen hat Diese Mistkerle Lass sie uns fertig machen Boah, du sollst nicht so viel labern Du sollst mehr kämpfen Ähm Ich glaube, Patty ist deswegen jetzt sterblich, weil, äh Man sie jetzt nicht mehr zwingend benötigt, um das Spiel abzuschließen Vorher hat man sie ja benötigt für diesen Stahlbad-Quest Ah ja, was mach ich hier? Ja Das ist Magier-Style So muss das gehen Und nicht anders Äh, ich weiß gar nicht, warum ich versuche, eine Truhe zu knacken Bin ich total bescheuert Ja So, dala Ihr seht schon Die Menge der Gegner, die ich bezwingen kann Ist nur von meinem Mana abhängig Und davon haben wir jede Menge Ich glaube Wie viel haben wir? Über 300 Glaub ich Wir haben 307 Mana Ähm Ein Angriff kostet mich 5 Mana Das heißt, ich kann 300 geteilt durch 5 Das sind Äh 60 Angriffe machen 61 Ähm 4 Schwupp Und stirb 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 Und 6 Welche ich einmal verfehlt habe Das war's mit dem Vieh Joa, es ist ziemlich chillig mit, ähm, Patty zusammen Wobei Patty, ähm, nicht wirklich viel macht Aber, naja Es läuft ja an sich Recht gut Absolut overpowered Ähm, Magier Joa, der hat sich schön versteckt So, auch kein Problem für uns Also diese Echsen, ähm, die Elitekrieger Die sind schon richtig strange Also da muss ich schon sagen Die sind Die sind eine harte Nuss Selbst wir Ähm, ja, also was ich sagen wollte Diese Elitekrieger sind richtig hart Als ich durchgespielt habe als Nahkämpfer Was ja das erste Mal war Leckt mich am Arsch Also die haben teilweise richtig Probleme gemacht Was das Problem war Was ich beim ersten Mal als Nahkämpfer durchgespielt habe Ist, dass ich, äh, Tränke eingenommen habe Bevor ich auf 100 geskillt habe Ich wusste nicht, dass man nur bis 100 skillen kann Und hat dann natürlich das Riesenproblem Dass, äh, ich dann die maximale Stärke von 200 Nicht mehr erreichen konnte Und 1, 2, 3, 4, 5 Ach, jetzt stellt sich der eine in den Weg Wer liegt jetzt am Boden? Wer liegt jetzt am Boden? Ja, der Echsenkrieger Und wenn ich mit dir fertig bin, du auch Ja Ich glaube, hier kam jetzt der, ähm, letzte Anführer Na, komm schon Patty, geh doch mal auf die Seite Also Patty hält extrem viel aus, muss man sagen Aber sie kann, ähm, sie teilt auch so wenig aus, wie sie aushält Weil, ähm, ja Sie muss so viel aushalten, weil keiner möchte eigentlich, dass Patty stirbt Naja Ja, tank mal schön Tanken, ja, ne, vor allem tanken Tanken heißt es, nicht tanken Jetzt, ihr merkt schon Ihr merkt schon, das Spielniveau, äh, zieht etwas an Wenn hier 3, äh, Echsen, Elitekrieger kommen, meine ich Dann braucht man halt echt extrem viel Mana Da ist man wieder als kleiner Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn man Nahkämpfer ist Weil man nicht die ganze Zeit auf, ähm, vollen Mana-Aushalt angewiesen ist Aber so, so leicht wie wir uns tun mit der, mit dem magischen Geschoss Ist das da unten jetzt der Anführer? Ja, das ist der letzte Anführer, sehr schön Lässt du mal Patty in Ruhe, bitte? So, der Pressterfolg Die Anführer, Echsen, Krieger Alle 4 erledigt Und der eine hat hoffentlich eine Teleporter-Rune dabei Sonst weiß ich nämlich nicht, wo ich noch großartig Okay, keine Teleporter-Rune Gut Die letzten 3 Teleporter-Runen sind hoffentlich dann in irgendwelchen Tempeln drin Ja, warum, warum mach ich's denn nicht gleich so? Nicht mehr genug Mana Weil ich nicht mehr genug Mana hab, deswegen mach ich's nicht gleich so Mana-Trank Ja, so blöd wie ich mich anstelle, brauch ich noch länger Ich weiß schon, normalerweise müsste ich das gleich machen, bevor ich an der Tour rangehe Sodala Ähm, ja, Patty wird mich gleich anlabern und sagen Oh, da ist der Wasserfall Viel Spaß alleine Du, hör mal, ich denke, für mich ist hier Schluss Die ganze Geschichte ist mir doch ein wenig zu heftig War schön, ich geh allein weiter Hinter dem Wasserfall, da muss ich das Kabel finden, was ich so will Mach das Ich hoffe, du kommst da in einem Stück wieder raus Ich werde hier auf dich warten Okay, Patty verlässt die Gruppe und wartet hier